hallo und herzlich willkommen bei let's fets hier ist euer respecter und wir spielen heute eine neue demo die reingekommen ist bound ich weiß nicht was es sein soll ich würde sagen wir gucken einfach rein das ganze wird natürlich auf der neuen ps4 pro gespielt die ich jetzt glücklicherweise seit gestern habe ich würde sagen starten wir einfach mal durch und schauen rein der monster zerstört mein königreich geh und halte es auf also die zwei sehen ganz schön mystisch aus der boden der wackelt er hat so leichter krampfanfälle und sie hat bestimmt ein bisschen zu viel ecstasy oder so gehöre also so wie sie schon da geht ja die ist die scheint ganz schön heil zu sein also die so wie die geht ist die wirklich so was soll ich sagen ihr wisst was ich meine ich glaube das war ein fehler ok da müssen wir auf jeden fall mal dass es da nicht runter geht ach so sehr treppen also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen also die ersten paar minuten jetzt da die reichen mir schon für zu sagen dass das nichts für mich wäre oder ist sogar aber naja es ist ganz wirklich anzusehen muss ich aber dabei sagen heute zum rennen die l2 taste gedrückt probieren wir mal leiter oder sowas ähnliches und 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 fußbewegen würde ich jetzt schon fast sagen das ist eine Balletttänzerin oder so darstellen bei den ganzen sinnen also sind verstehe ich bis jetzt noch nicht hinter der ganzen geschichte also sage ich mal das spiel da dadurch dass ich auch gesehen habe dass für die vr zur verfügung steht also ich glaube wenn die leute wo mal was geraucht haben für die wäre das bestimmt ganz interessant und und die kamera ist immer ah ok da kommen wir da hinten raus aber dann verstehe ich das ja nicht dabei für was man die ja die treppe machen soll das ist ja mal nonsens da unten ist orange, ich frage mich was soll das gras oder irgendwas darstellen das sieht eher aus wie riesenpommes was kommt dann hier wer verglitzert mal schön boah was geht denn jetzt ab boah das sieht ja richtig gefährlich aus ha mit dem linken stick kannst du dich bewegen ach soo wir müssen hier auch was machen ok leute ich würde sagen das war's wenn euch das ganze gefallen hat würde ich mich natürlich über ein like freuen über ein nettes kommentar auch bis denne haut rein bis dann Vielen Dank.